so hallo wir machen weiter bei war wie heißt das spiel eigentlich genau war get it together richtig ja letztes mal haben wir alltag und fantasy kompletiert und haben dann jetzt technologie vor uns wo gott ich meine wenn wir ein paar erfolgserlebnisse erstmal haben weil wir ziemlich schnell neue sachen finden werden aber bis da natürlich dann das sechste stück gefunden wird na das wird auch wieder ein bisschen dauern aber gut wir werden uns durch kämpfen wie bei allen anderen auch so ich dachte ich muss mich in den wind ja was muss ich denn da tun starten wir gleich mal nur okay wir starten es nicht neu ja wie andere richtung ok wir starten neu ok da kenne ich einige noch nie da kann ich bei einigen noch nicht umgehen hilfe ja was muss ich da tun ach ich muss das ding weg tun ich muss mit dem blatt dahin ach so ei 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 sind wir wir sind im bereich wir sind wir müssen in den bereich kommen ok der lila ne der lila ne puh grad so ja das ist neu hallo hallo das ist neu das hat mir zwar im bario cup aber noch nicht in echt also im story ding das ist auch neu ja wie wie ja wie mit ihm wie wie hätte ich das jetzt machen sollen ich denke mal ich muss durchfliegen aber ich muss die ringe hoch machen ja schlecht herz und dann stern ok das doch das kenne ich auch schon glaube ich okay das können wir auch schon das ist easy halt es geht doch passt schon alles gut alles gut ich wollte schon sagen das ist neu sehr gut ich glaube schon zwei neue dann das war auch neu äh drei neue vermute ich jetzt einfach mal oh er hat den boss okay was war das denn noch mal oh gott das wird ja super unangenehm das wird mit ihm ja super unangenehm ach du schande also das gelbe und dann in der mitte wieder so da ist das ding ja wait oh grad so oh gott das wird unangenehm die tube so das war's okay uff oh das war mit ihm nicht so angenehm uiuiuiuiuii das Ok so der dritte grüne Hä? Ah, der erste vorne war es, ne? Ach, scheiße. Ohne, dass es explodiert, am besten. Das ist neu. Ah, verstanden, aber zu spät. Nein, rüber, rüber, du Tupen. Aber wir haben schon drei neue, wenn ich richtig gezählt habe. Das ist doch schon mal was. Achso, so rum. Oh je. Gut, das war mit ihr sehr einfach, zum Glück. Oh Gott, er jetzt wieder. Das hat vorhin schon nicht funktioniert mit dir, Kollege. Du kannst das nicht. Scheiße. Okay, weiter geht's. Wir haben noch nicht alle freigeschaltet. Dreh, 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 dreh. Jawohl. Leuchten lassen. So. Rüber. Ne, nur Mitte. Oh, grau. Oh Gott, er wieder. Ja, super. Die Mitte, die Mitte, die Mitte. Nur die Mitte. Oh, ich habe vor Freude meinen Controller runtergeschmissen. Oh, und ich habe vor Freude meinen Dings rausgerissen. Jetzt höre ich nichts mehr. Was war's denn? Okay, es war rot. So, ich muss mal ganz schnell hier versuchen, mein Dings wieder reinzubekommen. Scheiße. Kann ich hier kurz... Ja, kann ich. Okay, einen Moment. Ich habe... Ich habe erst meinen Controller runtergeschmissen. Und dann beim Aufheben habe ich mir den linken in ihr rausgerupft. So. Das war nicht so günstig. Das war nicht so günstig. Weiter geht's. Easy. Mit ihm sehr easy. Das muss doch jetzt mit ihm auch einfach... Ja, sehr schön. Oh Gott. Wegbahnen. Ja gut, das hat dann schon gepasst. Ringe durchfliegen. Der muss hoch. Jawohl. Oh Gott. Die Zunge. Rüber. Rüber. Okay. Puh. Ah, das waren dann alle. Oder wie? Haben wir sechs neue schon gehabt? Krass. Ich war bei der Zählung bei vier, Lul. Na, dann spielen wir noch, bis ich kaputt gehe. Das ist mal eine schöne Mission für ihn gewesen. Weg frei machen. Sehr schön. So, er kriegt den Boss. Okay. Das ist... Das ist okay. Er als Boss ist voll okay. Greifen. Weil das... Das ist dann sehr schön zu steuern. Zusammenfügen. Das ist dann sehr angenehm. Jawohl. Jawohl. Das war sehr schön. Leben dazu. Perfekt. So kann es weitergehen. Jetzt wird's lustig. Passt auf. Sehr schön. Okay. Ständig rutscht dieses Headset rum, ne? Ach, ich hab schon ein Blatt in der Hand. Jetzt hab ich das verstanden. Das hab ich tatsächlich gar nicht gesehen. Ne, die nicht. Die? Hallo? Oh Gott, grad so. Uff, ich dacht schon. Ich dacht schon, ich versau das. Okay, die Mitte. Die Mitte. Jetzt. Oh Gott, er wieder. Ja. Ja, wie soll ich das denn drehen mit ihm? Oh. Also, ernsthaft, wie soll ich das denn drehen mit ihm? Mein Gott. Er ist halt so ein Charakter, du hast nur eine Chance, das alles hinzukriegen. Nein, der muss hoch! Aha. Abreißen. Bam. Nee, andere Richtung, du doofenus. Mein Gott. Ab dafür. So. Ausweichen. Ich bin so ein, ich bin so ein, ich bin so ein, ich bin so ein Volltrottel. Also, das war, das war wirklich selten dämlich. Also, unfassbar, wie ich das, wie doof ich das grad gemacht hab, na? Also, ernsthaft, das war, das war so blöd. Ich kann's nicht glauben, wie blöd das war. Ach, er kriegt jetzt die, oh Gott. Ja, alles klar. Die Zunge kriegt das Sushi, aber es passt ja. Oh, das macht's noch unangenehmer. Ah, es ist gar kein Sushi, jetzt sind's Kakteen, oder was? Ja, wie? Achso, jetzt muss ich den so und dann runterfallen und dann erst so. Oh Gott, okay. Okay. Puh. Das ist schon kritisch, wenn es so auf Druck geht, ne? Okay. Yoshi bei Risch bestellt einfach, ey. Versteht jetzt keiner, warum ich Risch sage, dann nicht Risch. Macht aber nix. So. Schaffen wir in zwei Leben uns noch bis zum dritten Boss zu bekommen? Ja, nice. Oh Gott. Jetzt das Hauptding noch an? Jawohl. Okay, das dürfte mit ihm recht angenehm sein. Jawohl. Ja, wer denn? Weh? Hä? Wem hätte ich das Blatt jetzt geben müssen? Wo weiß ich denn, welcher passt? Na gut. Okay. Das war die Geschichte. So, dann haben wir jetzt bei Technologie auch alles. Sehr schön. Dann machen wir bei Nintendo weiter. Da fehlen uns zwei Stück nur. Okay. Auf geht's. Nein. Let's go. Also zwei neue. Oh Gott, das ist da dabei. Hallo. Nicht mein Ernst, ey. Oh, das ist auch neu. Okay. Dann haben wir schon eins. Hä? Ach so. Ah, das war auch neu. Hä, haben wir es da nicht schon? Wahrscheinlich nicht. Ja, da wo ich stehe. Ganz eindeutig. Okay, jetzt aber. Äh, die und die. Aber das war doch auch jetzt neu. Haben wir jetzt nicht schon zwei neue? Sind es doch mehr neue? Ich bin irritiert. Hä? Ja, wie? Äh, 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 äh. Ah, jetzt haben wir alle. Nice. Ich wollte gerade sagen, das ist mit ihr ja einfach und springe am ersten Ei vorbei. Perfekte T-Stunde. Ah, du musst flieeeegen. Okay. Boss, er kriegt den Boss. Er darf durch Super Mario World. Okay. Ja, das wird natürlich super. Ich meine, wie soll das mit ihm denn schief gehen? Also, we'll talk. Ich weiß, gibt es da eine Zeitbegrenzung oder so? Ich meine, das kann doch gar nicht schief gehen jetzt. Außer er kann dann seinen eigenen Bomben kaputt gehen oder keine Ahnung. So, kann man hier 50 holen? Ich weiß es nicht, ob das eine Mission ist, dass man hier die 50 holen kann. Wäre mal interessant zu finden. Oh, es waren 41 mal 50. Ach nee, ah nee, der, ah nee, war alles gut. Ich bin doof. Gibt bestimmt auch eine Mission, wenn man mal irgendwie so 200 Münzen oder so holt. Keine Ahnung. Wobei, das sind, ich glaube, das sind gar keine 200, die da runterfallen. Oh Gott, 3. Ja, aber jetzt war die Zeit nicht. Ach so, da oben war nochmal ein 3. Ja, okay. Ich muss mal ganz kurz hier nochmal mein Ohrding fester machen. Das flutscht hier immer einfach weg. Das ist doof. Oh Mann, das hält alles nett. Seit ich mir das rausgerupft habe, hängt das so komisch da rum. So, jetzt ist vielleicht besser. Ich bewege mich aber auch zu viel bei dem Spiel. Das mache ich sonst eigentlich eh. Oh, es hat gepasst. Ich dachte, der andere kriegt das Geschenk. Es ist egal, wer es geschenkt bekommt. Okay. Ja, da muss erst mal rauskommen. Willst du mich foppen? Oh Gott, der Hammer Bowser. Da hätte ich doch eher schlauerweise zu der Axt gesollt. Okay. Ja, ja. Es ist gut, wenn wir mit dir immer aufhören. Das passt sehr gut. Zum Abschluss. Okay, dann haben wir jetzt Technologie voll und wir haben Nintendo voll. Prima. Tiere fehlt richtig viel. Ja, also da fehlt noch am meisten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da gar nicht so viel. Und da auch nicht so viel. Aber da der Boss ist, natürlich dauert dann drei Jahre, erstmal die Toilette wieder zu besiegen. Okay. Äh, ja gut. Ähm, haben wir irgendwo was Neues? Großartig, außer Sammeln. Ja, doch, wir haben, okay. Die Sammler, klar, die sind hier. Und dann haben wir hier. Achso, das sind aber nur freigeschaltete. Keine, keine, keine Dings. Dann kann ich das erstmal lassen. Okay, machen wir noch zwei Wario Cups und dann schließen wir den Part ab. Machen wir mal kürzer. Also Wario war ganz brauchbar. 18 Volt auch. Ich würde mal noch, äh, ich nehme mir noch Krüger dazu. Mal gucken, ob das besser ist. Oh Gott, ich, Obst wahrscheinlich, ne? Wie, wie, wie? Es ist wirklich immer random, was gesucht wird. Hallo. Naja, ich habe schon keinen Bock. Scheiße, ey. Och nee. Okay. Nein, andersrum, Mann. Du Trottel. Jetzt ist er hoch noch. Der ist noch hoch. Gott. Drei Jahre für den Quatsch wieder gebraucht, ey. Drei. Ich habe ja gesehen, dass es die drei ist. Mann. Der da. Und der da. Der will immer den Muffin. Hehehe. Hehehe. Hexe besiegen. Hexe besiegen. Hexe. Weg mit K.A. und N.O. Oh. Schicht. Perfekt. Um. Schlitter umlegen. Äh, äh, wer, 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 die, die und die. Kopf als erstes und dann der einzelne Punkt. Hallo. Das sind Charaktere, mit denen das absolut unangenehm ist. Ja, das sind Charaktere, mit denen das absolut unangenehm ist. Oh mein Gott. Mit denen das absolut unangenehm ist. Ich, wir belassen es dabei. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Achso, mit Ö mache ich ja hier rein.